Spielt es denn wirklich als Material die Farbe bei dir eine Rolle oder spielt es eher eine Rolle vom Visuellen her, also dass die Farbe da ist oder sind auch die Pigmente und deren Provenienz und so weiter für dich wichtig? Hier siehst du die in Berlin, also das ist eine Sache von...